Zudem müsst ihr auch die komplette Karte von Rise of Kinglands euch erstmal freischalten. Nämlich alles ist in dichte Nebel gehönt. Was läuft, was läuft, willkommen zum nächsten Video. Krass gelbe Zähne, ja, unter den gelben Zähnen stehe ich, ja. Wenn ihr wirklich wissen wollt, wie gelb sie wirklich sind, vergleicht sie mit der Farbe meiner Augäpfel. Das ist der sogenannte Weißton 14. Na und? Eins ist Alaska-Weiß und ich hab 14. Und? Wo bin ich das denn? Ja, jack mich doch. Wo denn? Bis deppert oder was? Bis deppert oder was? Huch, da passiert. Das wäre wie Frankfurt Hauptbahnhof, Alter. Wer hat alles den Mic an? Ah, Sweezy und Null haben das Mikrofon an, ja? Ja, ich hab's nur 11. So gesehen ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir gewinnen, da ich bin so ein Kind, das so jeden Tag Fortnite spielt, aber immer nur. Zweiter. Können wir nur noch eine Runde? Ey, jeder leider nur immer eine Runde. Kann ich dir eine Anfrage schicken? Das geht leider auch nicht. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu zocken und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ebenso. Ich hab den erfolgreichsten Klima als Holz. Einfach auch der erfolgreichste, nicht nur der beste, haben wir es gehört. Also ich denke mir das ja nicht aus. Ich denke mir das ja nicht aus. Er hat's ja gesagt. Ich behör, weißt du? Hallo? Spielen wir noch eine Runde? Wir spielen noch eine Runde. Ich kann's nicht fassen. Ich kann's nicht fassen. Weil heute ist mein bester Tag meines Lebens. Was? Quick's Joke an. Was brauchst du? Amazon, PaySafeCard oder PSN? Ich brauch Vivax. Ich brauch Vivax. Hallo? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das bist du. Nein, 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 nein. Oh Allah, hast du schon wollen? Ich hab Crow getroffen. Oh mein Gott, ohne Maske. Isa, hier ist ein Waschbär. Äh. Also von mir aus recht. Ja, aber die meinen, alles wäre die Secret-Seite. Trägt die Trägerin die Schleife rechts, ist sie vergeben. Ich muss mal meinen Pulli ausziehen, der ist echt alles nur am Pulli. Ui, Ui, Memo. Das wird jetzt gar nicht so, diese, 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 diesen Up-Sound von Anfang tun. Ähm. Oh, ich hab Bock, ich hab Bock. Oh, oh, du hast es geschafft. Digga, mein schwerstes ist im Teil. Ja. Junge. Das ist schmerzlich groß. Das ist schmerzlich groß. Das ist schmerzlich groß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Lodsburg verboten! Du bist bewusst, Dillian! Ey, Dillian! Achtet auf. Achtet auf, Dillian! Sometimes there's things, a man cannot know. Hey, jetzig tausende Follower hast du. Rentiert's nicht. Rentiert's nicht nur, wenn ich tausende Follower hab. Komm mal her. 4.000 Follower hast du. Bist du süß oder hässlich? Ist so, ist halt, also ja, doch, ist auf jeden Fall cool. Weil es ist halt unglaublich klein. Ja, so die Ohren und so, das ist halt lockig, ne? Ein Oma-Hund, ein Oma-Hund ist gut, das ist es. Ist schon ein Feini. Mir ist das so ein bisschen Omi-Hund, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich kannte vorher nur alte Omas, die so einen Hund hatten. Die ist alles andere als eine Oma. Oh, danke für den Hinweis, Digga. Ihr habt gehört, Honeypoo wäre schon 67. Ich würde ihn, boah, wir müssen irgendwann mal Hunde ranken, ich weiß gar nicht. Ich glaube, er ist in der oberen Hälfte, glaube ich. Also er ist auf jeden Fall besser als 50% der Hunderassen, die es gibt. Aber es ist halt, also ich habe noch nie jemanden gesehen, der den Hund besitzt, der unter 70 ist. Ich gebe dem Hund ne 6,5 von 10. Oh, Akani würde ich sogar, ich musste mal auf Akani aufpassen. Revi musste im Hotel einchecken und der hat ne halbe Stunde lang durchgebellt. Aussehen 8,5, aber er hat sehr genervt und deswegen nur ne 7,5. Wie viele Visiere es wieder gibt, aber scheiße. Oh mein Gott, hallo, oh yeah. What the f***, Digga. Bruder, ich scroll immer weiter, immer weiter, immer weiter. Auf einmal komme ich in der Schuldenfalle von ApoRed raus, Alter. Holy shit, was ist da denn los, Bruder? Guck mal. Was ist das denn los? Man, dieses Klettern dauert zu lange. Wofür ist die Rotte wieder drinne, ihr nutzlosen Strafaufen? Ihr spielt die eigenen Spiele nicht. Oh, die spielen alle so eklig, Bro. Das ist ein Beta. Lauf, du 8. Die Stand werden nicht ins Melken übernommen. Oh, im Bus, Digga. Freddy, komm, Bus bauen. Er ist in der Wand geglitscht. Herzlichen Glückwunsch, Salmec. Zu zweit sogar. Ihr seid wieder die H*** des Abends. Und deshalb halte ich mich von der COD-Community fern, wie vor stinkenden Leuten in der Bahn. Macht sein Ausschuh, macht ihr euch mal in eine Leitung raus, die Dumme. Ey, ich will das auch. Wie kriegt man das? Ich will das auch. Ich will das auch, dass irgendein Sound kommt. Irgendein Sound. Wie hat's Ptanzi gemacht? 200. Komm, abfahrt. Die Farbe ist ja relativ speziell. Haben wir doch mal wieder was Neues installiert. FBI Opener! Achtung, das ist schon ein Überfall. Das ist schon ein Überfall. Wie hat der das gemacht? Wer ist daheim geschlafen von euch A***-Weckern? Amal! Ist doch jemand daheim geschlafen oder was? Ich lasse mich einfach voll gehen. Ich lasse alles raus. Wirklich ohne S***. Ich lasse echt gerade alles raus. Ich habe hinten gerade beim Furzen ein bisschen verloren. Und es klebt in meiner Hose. Aber ich habe jetzt keine Lust. Und was mache ich dann? Ich wische einmal mit der Unterhose einfach nach, dass es nicht durchdrückt. Ich verteile es einfach ein bisschen. Es ist doch S*** egal. Das sind immer die gleichen Sounds. Ich dachte, da gibt es noch ein paar. Du ziehst heute schon Päcks in der Web-App. Nein, wer Päcks in der Web-App zieht, ist böse süchtig. Sechs Stunden später. Leute, Timex hier. FIFA 23 ist sehr bald da. Ich bin zum allerersten Mal in meinem Leben in der Web-App. Wer Päcks in der Web-App zieht, ist böse süchtig. Aha! Das wollten alle unbedingt, dass ich mir das reinziehe. Du kannst sowieso keine Points auf Web-App aufladen. Warum nicht? Sofort sagen, warum nicht. Sofort, ganz schnell. Ich bin hier der am wenigsten Süchtige. Guck mal, es steht Musiker. Sollte eher Clown stehen. Schon ein süßer Hund. Aber mir fällt auch kein hässlicher Hund ein. Außer vielleicht dieser hier. Und der tut mir trotzdem leid. Warte kurz. Dieser hier. Hunde haben kein Sättigungsgefühl. Ja, ich auch nicht. Sofort sagen. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020